Muss ich auch noch erzählen, wie der Carlos, dass Uschi den Heiratsantrag gemacht hat. Er hat sich so viel Mühe gegeben, hat extra einen Tisch bestellt beim Spanier, hat noch drei Stehgeiger engagiert. Dann soll es geben Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Hauptspeise, Paella. Und in die Paella soll der Koch den Ring rein tun. Das war der Plan. So, jetzt kommen die zwei am Abend an, schon gleich das Uschi. Na, das hatten wir ja noch nie beim Franzosen. Dann hocken die am Tisch, die Stehgeiger haben gegeicht, wie blöd. Vorspeise ging noch alles glatt, dann kam die Hauptspeise, Paella. Und der Koch hat auch den Ring rein. Was macht das Uschi? Frisst die den Ring mit? Die Stehgeiger... Da war aber die Stimmung am Arsch. Und der Ring auch. Der Carlos wollte die Situation noch retten, hat sich noch hingekniet, hat gesagt, willst du meine Frau werden? Und nach drei Tagen kam das Uschi daheim aus dem Klo raus mit einem Ring in der Hand und hat gesagt, Ja, ich will! Ja, ich will! Ja, ich will! Vielen Dank.